Z-Fade. Oh, ja. Hast du dich umsonst gefreut? Ich freu mich ja nicht. Ich habe nur eine Vorahnung. Ich hab da so eine Ahnung. Ich hatte eine Vision. Ich hab's im Urin. Wir sind tot. Geht's nicht. Level up. Tja, da hab ich das gezet als Vorahnung gehabt. Dann hast du irgendwas im Urin, was da nicht hingehört. Zu viel Information. Zu wenig. Lanzensaft. Wollt ihr da sich näher drauf eingehen, was in seinem Urin ist? Nein. Ja. Oh je. Cola. Cola, Fanta, Apfelschorle. XP. Apfelschorle in warmer Variante. Und in Blümel XP. Die sind auch da drin. Ja, jetzt weiß ich, wie ich leveln werde. Und Lennlapp. Wie sind wir auf das Ziel? Das ist ja eine gute Geldquelle. Mhm. Krass. Nein. Eigentlich nicht. Ich hab 40 Gold. Du. Ich habe jetzt zwei. Ja, du veröffentlichst auch alles, was du findest immer im Aktionshaus. Ja, Stoffe und so. Früher hat der Typ die Hortler doch auch noch mit MDW gebufft. Wenn man einen langen Glück quatscht hat, macht er heute auch nicht mehr. Ganz klar. Und er kann jetzt laufen. Und er ist schneller als wir. Der ist auch nicht. Der ist nicht schneller wie ich. Der ist ja voll auf Speedy-Coup. Ja, ich hab noch keinen Geparden-Aspekt. Du weißt, dass da hinten die Mops vorn, wo du gerade runtergesprungen bist, ne? Äh, was? Wo, was? Ja, hier spawnen jetzt Mops und so. Epic Fail. Es hätte jetzt so sein müssen. Klatsch, Hexertod. Ich hab hier noch einen Seelenstein. Ups, Heiler down. Und außerdem hätte ich genau den Heiler verantwortlich gemacht. Ui. Seid ihr das erste Mal hier drin oder warum seid ihr da runtergesprungen? Wir wollten voll dem Zaurinnen hier sein. Ich hab halt ein bisschen vergessen, dass da Mops spawnen. 80% der Spieler haben noch nie diese Stelle gemacht. Ich kann es verstehen, wenn man früher nach den ersten paar Bossen keinen Mop mehr hatte. Nach den ersten vier Stunden. Die wussten es nicht. Nach den ersten vier Stunden. Ja, ich war schon so lange in dieser Ini. Danke der Nachfrage. So, jetzt gibt es schon wieder 10.000 Schlangen hier spawnen. Fast 10.000. So ungefähr. Mach mal die eine bei mir erst kaputt. Ja, bin ich ja dran. Bin ich ja dran. Ich werde ja die ganze Zeit zur Hälfte in YouTube angeschrieben und antworte die ganze Zeit darauf. In YouTube. In YouTube. Ja, YouTube. Weißt du, so PN und so. Ja, während du spielst, antwortest du auf eine YouTube-PM. Ja, wer ist Kahn der Kahn? Okay. Vor allem Hunter müssten das für so Rechtskrieg, Afghan und so. Ja. Da bräuchten wir erstmal einen Mop, das lange genug lebt. Ja, dann geht es ja natürlich noch folgen. Und so halt. Genau. Ach so, deswegen mach ich keinen Schaden mehr. Ich hab meine Aktionslasten geswitcht. Das war ich auf der dritten und hab keine Fähigkeiten mehr angesetzt. Ja. Mein Gott, bist du professionell. Irgendwie. Professionell. Alter, diese Kuh rennt so unglaublich schnell. Das geht gar nicht. Das Event wird lustig mit den ganzen Gegnern. Ja, wieso? Wir haben ja einen dabei, der die ganzen Non-Elite zumindest weg ergehen kann. Jetzt ist er wieder in seinem alten Muster verfallen und läuft. Nein. Ja, weil jetzt muss man ja einen noch stylisch machen. Wobei. So. Erstmal. So wie es jetzt gehört. Eigentlich aussieht, als ob er viel schneller laufen würde. So. Erstmal auf dem Tod tanzen. Da musst du erstmal ein bisschen Teabagging. Außerdem ist er nicht tot. Ja, ich weiß. Er schläft. Druiden halt. Im smrackgrinen Traum oder so. Der schläft aber so kurz wie ich. Ich hab die Bücher gelesen. Ich hab die Bücher nicht gelesen. Ich weiß es auch so. Ich auch. Man muss den Resttexte lesen. Aber gut. Die Bücher sind wirklich gut. Vor allem der letzte Wächter ist klasse. Der letzte Wächter finde ich nicht so gut. Ich finde Krieg der Abend besser und Lord of Clans war extrem geil. Fand ich am besten. Lord of Clans. So wir machen erstmal den hier. Ich fühle mich gerade ausgeschlossen, weil ich nicht mitbringen kann. Tja. Sei froh. Ich kann es auch nicht. Also insofern du hast nichts verpasst. CC mal irgendetwas. Nö. Okay, warte. CC. 4. Kommt. Sofort. Hilfe. Wie du genau das Mob CCst. Ach ne. Das ist fast sein, wo du CCst. Ich bin so schlecht. Ja bitte. Da war euer CC. Toll, ne? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich schon irgendwelche Fantasy Romane lese oder so weiter, dann richtig gute von Wolfgang Hohlbein. Ja, Hohlbein habe ich auch mal gelesen. Die, äh, Ding. Jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich verkackt. Die, äh, Arthus Saga mit Elfenschwert, irgendwas Schild und so. Hm, die ist auch nicht schlecht. Also ich habe so ziemlich alles gelesen. Sei es jetzt von dem mehr oder weniger Kinderbuch angefangen, was Märchenmond angeht. Droidentor habe ich von ihnen gelesen, aber das Schwierigste, was ich von ihm kenne, ist Avalon-Projekt. Das Buch ist so krank schwer, finde ich persönlich zumindest. Schwer. Um es zu verstehen. Ach, das ist genauso wie beim, äh, Kräuterpflücken, wie man früher verfehlen würde. Zieh die man zusammen und buffte jemanden. Ja, ich habe kein AE oder so. Das weißt du, ne? Ja, du doch nicht. Ja, nicht 4 an Bomben. Ich habe den 4 nicht gemacht. Ich habe keinen 4, äh, ich habe keinen Bomben. Das ist der... Ja, aber wenn die jetzt so verteilt sind, dann wird das nichts mit den Bomben. Ja, ist egal. Ja, weil die auch alle weggeführt wurden. Das könnte irgendwie zusammenhängen. Oh, werben. Jetzt kann ich jetzt mal nachschauen, was mein Pet eigentlich so lernen kann. Jetzt ist gerade doof, weil jetzt spawnt der Boss. Nö. Der spawnt jetzt schon? Ich will jetzt wissen, was es kann. Ja, der spawnt jetzt schon. Klaue, Rüstung zerfetzen, ducken und knurren. Mach knurren dann sofort. So, da, Boss, geht los. So. Ich dachte am ersten Moment, der, äh, sieht anders aus. Aber der sieht ja noch genauso lame aus wie am Anfang. Gawwww! Immerhin ist der im Gegensatz zu dem da oben nicht gegen Stunny Moon. Zwei... Aber ich finde das eigentlich ganz lustig... Wie sieht es dann mit vier aus? Zwei End-Bosse, die wir jetzt... Also die letzten zwei End-Bosse, die wir gelegt haben, waren Murlocs. Nein, der letzte war doch kein Murloc. Oh, Prümel. Achso, Prümel ist du jetzt. Ja, die. Das könnte ein Running Gag werden, wenn in jeder hinein ein Murloc wäre. Ja, aber nein. Äh, in Tiefschwarze Grotte sind auch noch ein oder zwei. Ja, einer. Ja, aber dann den Burg Schatten fangen und sonst wo sind ja keine mehr. Das lässt sich dann an. Ja eben, wir fordern mehr Murlocs. Freiheit für die Murlocs. Murlocs für alle. Keine Murloc diskrimine... Heil mal lieber unseren Tank. Genau. Bestellen sie jetzt zwei Murlocs und bezahlen sie drei. Diskriminierung! So heisst's. Ich wollte Diskrimination sagen oder sowas. Warum gibt's eigentlich im Blizzard Shop bisher keine Murloc-Plüsch-Puppe. Gibt's doch. Gibt's doch. Echt? Ja. Die kann man sogar im Media Markt kaufen. Den Offensive. Ich meine, die haben sogar ein eigenes Gid. Also, die kann man bei uns sogar im Saturn da kaufen. Ja, das wäre ihr Preis gewesen. Ey, den könnte man sogar häuten, wenn man hoch genug wäre. Yay. Also, wer ist das für diese Indie, oder? Also, eigentlich ja schon. Wo bist du denn? Holy cow. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ich habe die Schulter. Burgschatten fangen noch ran. Nee. Nein. Okay, dann tschüss, Leute. Tschüss. Boah, sehen die Schultern scheiße aus. Ein passendes Schlusswort. Gut, das waren die Höhlen des Wehklagens. Die Höhlen des Wehklagens waren das so. Nächstes Mal Burgschatten fangen. Nee, das war nicht weit drauf. Aber ich nehme ja noch auf. Ach so. Ach so, du nimmst auch auf. Ich nehme auch auf, und es wird alles drinbleiben. Ich muss wieder. Ich meine, du hast doch zwischendurch irgendwann gesagt, das ist so leck, dass ich wieder mache. Ja, aber das hat aufgehört. Ich habe ja trotzdem aufgenommen. Also, ich nehme auch immer noch auf, und ich werde das nicht ausschneiden. Nur, um euch zu ärgern. Aber gut. Auf jeden Fall, das war es jetzt. Bis zum nächsten Mal in Burgschatten fangen. Bis demnächst und Tschüss. Tschüss.